ja heute kommen mein name ist an die röpe und ich bin mit dem mario master und wir begrüßen euch zurück zuletzt bei portals bei der co-op modus und der masse hatte gesagt herausgefunden du musst glaube ich erst mal mal hier oben von der anderen seite aus also du bist da durchgehen und da da oben ein portal ist machen nämlich von der von der seite von der anderen seite aus also musste hinter dieser laser wand geht genau da ja aber aber schon bevor du hast gehst du durch diese laser band durch mein portal versuchte ja versuch da jetzt mal ein portal zu machen dann klappt das jetzt mal da wo die sprungplatte ist das andere portal hinsetzen ja aber da komme ich so schade ich dachte du kommst dann durch dann durch dieses blaue portal noch daraus meine sind ja nicht mit einem verbunden warte mal kannst du mal da durchkommen aber da kommt weil ich kann ich kann ich kann mal zurück obwohl dann kannst du ich würde ich würde auszusuchen ja du musst jetzt oder auch nicht erwartet naja warte ich weiß nicht es ist schwer wir sind mal noch mal alles ja also was wir auf jeden fall machen müssen ist ja einer von uns muss das ding ja machen einer musste auf der anderen seite erwartet ja doch geh du mal da durch und mach auf die beiden seiten die portale und die jünger hier da oben damit ich da ganz durch kann weil da müssen wir auf jeden fall machen nämlich da auf die beiden seiten welche ist ja geht dadurch durch das portal also durch dieses tor bist du auf die beiden seiten die dinger machen naja auf beiden seien ich mal kurz hier durch wenn ich hier rüber komme der schritt ist auch immer richtig naja da wart jetzt was kann ich meine ich kann ich kann hier und hier im portal machen wenn ich hier in rots machen dann kommst du darüber aber bringt ja nichts wie kommt man denn dann wie kommt man denn dann darüber wenn man oder kann ich nicht nicht mehr es geht ja auch nicht ich kann ja nicht die beiden seiten schießen wenn ich hier in rots machen dann kannst kannst du darüber oder musst du ich glaube ich weiß es setzt setzt aber mal ein rotes portal hin auf diese auf dieses große ding was ich darüber schießt ja halt ich meine damit ein gelbes roter sitzt man gelbes portal hin ja jetzt sitzt da mal mal da oben so ein rotes portal hin ich will mal wissen was jetzt passiert wir sind da nicht verbunden warte moment das ist das total weg ab nein warte noch mal resetten dieser eine schritt ist auf jeden fall richtig einer muss darüber auf das obere dinge gehen eine muss ich schießt wie ich schießt mich mal rüber so schießt mich rüber ich habe da geführe ich darf nicht gehen weil diese beiden dinger sind wichtig ja so jetzt setze ich hier an nein scheiße ich wollte hier mein violettes portal hinsetzen jetzt müssen wir noch mal vorne machen hier ist jetzt mein blaues und hier ist mein violettes gehe ich da durch und setzt hier mein blaues hin und jetzt schießt sich so jetzt schießt sich durch aber geht ja doch doch ich weiß es naja da komme ich da oben bin aber was dann ja dann wirst du ja erstmal aber ich komme nicht darüber genau das problem ja man es ist scheiße schwer habe ich irgendwo noch ein portal naja ich glaube mein brot ist noch irgendwo da geht nicht irgendwie irgendwo irgendwann sehen wir nicht hier das mache kann man da hinten so dass ihr das hier müssen wir ja machen ja damit wir da durchkommen soll das heißt der schritt ist auf jeden fall immer richtig ne dann geht du mal darüber und dann bevor wir irgendwann machen müssen wir herausfinden wird weiter die ja ich schießt mich mal rüber platziert in irgend so ein portal und müssen halt gucken ich kann hier nichts machen weil wenn ich jetzt zurück gehe sind meine portal wieder weg genau du kannst nur klar und hier ein und dort ein einzeln setzen das heißt versuch mal da versuch mal auf dem ding sein dein dunkelblau zu setzen ja jetzt gehen wir dadurch dann kommst du wieder auf der anderen seite raus ja ja hatte und dann tue mal da dann hellblau setzen ein hellblaues ja habe ich jetzt springen wir da durch ja okay nochmal hier was habe ich gesagt macht da dein ein dunkelblaues ja noch warte da war passiert eigentlich da ich bin durch wir warten mal warte mal mal ich hab's ich hab's glaube ich warte mal wenn du jetzt da durch springst dann komme ich rüber kommst du zu mir hin ja 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 brauchst du etwas ich wollte eigentlich high five machen aber war gewunken war warte 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 was da machen wir es jetzt moment wo haben wir high five high five und diese klatscherei ist doch eine wahre errungenschaft aber ich werde ich anscheinend noch nicht was mir passiert jetzt hier ist ein schalter der macht das hier auf so ein ding aufgemacht ja und ich glaube du hast für mich hier die ist so dass treppen ich verstehe oder auch müssen würfel du musst jetzt du musst es wahrscheinlich dadurch schießen ich glaube nicht dass daher und das sind wir so eine laser band war ja ich kann da keine platzieren meint jetzt dort wo ich mich raus geschossen habe oder ist dahinter der laser band wo ich raus geschossen hat ist ja wo ich mich raus geschossen hatte ganz am anfang wie bist du überhaupt darüber gekommen was auch warte ich zeig dir warte ich habe hier ein portal hingesetzt und hier das andere so jetzt sind meine portale weg aber du musst es halt hier da denn dein ein portal hinsetzen und dann noch zu dem startpunkt das andere und ich mache jetzt erst mal das auch jetzt kannst du glaube ich den schalter drücken ich habe nur so zwei portale also zwei orte wo ich so platzieren kann noch mal tap an ok bewegt ok du hast da zwei portale das ding ist jetzt so müssen wir da den ball durchkriegen also ich kann den hier machen aber gar nichts muss überhaupt der ball der kommt da oben raus aber da muss doch irgendwo doch schalter sein erster würfel ich kann aber auch nicht hier irgendwie was passieren weil ich kann ja nicht schießen na ja ich kann mal runter da ist der ausgang der würfel der würfel ist da oben ich verstehe glaube ich habe es verstanden ja dann heraus ja und nun und weiß ich nicht da bringt der nächsten herr geht ja auch kaputt nicht so ein so ein ding fällt hier hat mich mal auf die seite da ist vielleicht siehst du irgendwie was aber warte mal warte mal an die wir sind ja wieder weg hätte ich irgendwie gedacht dann hättest du irgendwie so daraus geschossen werden können aber dann aber ich glaube ich weiß wie bei dem wir einer von uns muss irgendwie darüber und eine andere muss den würfel dann wieder angeben also hier beim ausgang das ding ist wie kommen wir dahin warte mal vielleicht kriegte ich glaube ich weiß es warte hier ich gebe dir den würfel an und dann kannst du ihn auf den schalter setzen aha aha okay dann haben wir gar nicht mehr da hoch dann schießt ich mich mal rüber ich glaube du musst dann zuerst rein und ich glaube da musst du nämlich da links und rechts ein portal hinsetzen damit ich darüber komme ja wir gehen lassen dann kann ich für mich jetzt ja war nur aber jetzt schieß ich mich mal rüber so okay so habe ich das gemein da am besten zu besitzen von vorn anfangen ja okay alles kann alles okay alles bereit ja so und jetzt dahin bitte durch macht den kleinsten erfolgserlebnis schwachsinnige freundentänzer aufführt menschen und genau so seht ihr gerade aus die kraft ich meine die ein mensch das war kein einfaches rätsel aber wir haben es geschafft da wird noch schwieriger ich weiß da noch schwieriger wird das ist ja noch extra kurse anscheinend ich weiß selbstvertrauen noch unzureichend ist denkt daran niemand ist von anfang an perfekt selbst ich hatte einen makel man gab mir zu viel mitgefühl für menschliches leid aber ich habe mein handicap überwunden das meine ich ernst okay was war ja ja okay das mache ich noch mal das versuchst du doch mal okay warte ich glaube ich muss da irgendwas oder wir werden ging so schnell gerade vorbei hatte ich habe es gleich ich lasse mich einfach nur nein wenn ich das portal landen war erstmal hat nur so aha und nun ich komme gar also da ist ein schalter also ich glaube du musst beide portale als hier hinsetzen da komme ich jetzt wieder rüber ich kann mal gerne mal aus aber du bist du bist du bist du nicht stark ich bin nicht sagt da bringt mir ja nichts vor ein würfel war ne warte mal drücken auf den schalter erhalte worsen würfel auf wo ist der würfel aber kann auch einfach überlaufen ich habe so ungefähr eine ahnung machen müssen ich weiß noch nicht wie wir machen mit dem rüber schießen war schon richtig und zwar ich weiß noch nicht wie man hat macht schon wieder ich glaube obwohl kannst du das ding irgendwie erreichen ich muss gleich versuchen ich habe vergessen ein zweites irgendwo hinzupacken immer durch ja du musst dich darüber schießen aber also muss ich da noch mal rüber schließen ja gehen noch mal dahin weil du gerade gemacht hast diesmal sind die portale schießen nein so okay moment ja 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 okay blau blau rot gelb oder warum ist und knopf da der der wülle kommt hier ein bisschen extra aber okay jetzt muss ich irgendwie da auch noch nein aber das also platziert du die portale wo ich meine jetzt habt ja moment und ich mache das gleiche war du gerade gemacht hast ja so ist fertig nicht vergessen zu sagen hast du denn da mal jung da ist nicht sofort spring kollege als hier und dann im sprung wupp vulnerable pop 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 popop droom dich style yeah okay o stop moment mal okay da kommt alles läuft wunderbar wenn ich auf den knopf drücke kommt dann kommt dann würfel raus eigentlich bringt das nicht was ich immer der auffang oder sogar gesagt kommen würfel irgendwo ja auch von der anderen seite und dann muss ich dann im sprung dann irgendwie fangen oder was keine ahnung der würfel fliegt aber auch ganz anders ja da kommt ich komme da gleich raus geflogen ist aus dem orangen ja du musst halt irgendwie abteilen mit mir oder was gott gott ja ich komme jetzt gleich aus dem orangen warte ich komme jetzt aus dem orangen vielleicht oder musst du einfach ja fast das ist immer ein ganz kleines bisschen zu spät jetzt hast du früh das hat so richtig ich weiß nicht manchmal war ein so ein ding ein so ein ding ab wenn man ganz kleines bisschen zu spät am ist das doch zu früh das wird immer ein bisschen glaube ich jetzt ist da drüben irgendwie noch was ja hier ist noch so ein ding wo du würfel reinpacken muss hat man drückt mal wenn ich sage ich mal jetzt durch nein was ich hoffe dass ich spät gott das ist perfekt ich merke gerade ich kann gar nicht anhalten so auch jetzt kann ich war lass mich war okay da muss aber er ist eine baus ja nicht andere er ist aber so ja da war doch perfekt sehr witzig aus von der perspektive ja sie ist er denn naja der schon ein paar meiste auch ich bin schon als ganz schön knapp er war ein bisschen zu früh der war zu spät ich versuche mal so zu gucken das wird hier voller luft crash gegen den würfel was zum fick was soll das denn mit vor einer abgeprallt das war sehr lustig aus was kommt sowas schon bestimmt ins best auf rein jetzt stadt denn ja nein also den rhythmus habe ich so ungefähr er muss auch mal der liegt da der liegt da der liegt da der liegt da ich nicht aber zu spät obwohl er war noch da haben umrollen nein mach du doch war ich drückte knopf okay ich habe den rhythmus so ungefähr herausgefunden also wenn ich ungefähr wenn ich ungefähr hier in der luft bin deutlich immer den knopf okay dann dann los okay erst mal rüber so okay ready go jetzt ungefähr jetzt war das ich habe ich nein oh gott oh gott mich irgendwie so hatte so jetzt komme ich auch noch rüber zum abschluss des tests doch irgendetwas stimmt nicht hat der tanz irgendwelche auswirkungen auf euch der mächtige seiten schritt wenn ich sein beckenstoß der beckenstoß und jetzt geht's los der beckenstoß ich glaube wir sind jetzt im letzten menschliche gefühle braucht etwas aufmunterung vielleicht hilft das blut du bist das beste roboter modell dessen entwicklung apache science je eingestellt hat jetzt pass auf die bei mich sagt weiß mit mir ich fand auch etwas liebe ja interdierung braucht auch liebe deswegen jetzt machen aber ich sehe schon müssen die beiden knöpfe gleichzeitig drücken ich soll mir das denn machen okay stehe warte ich komme gar nicht so kommt mich an meinen dran also das ist meiner das ist deine ok falschen hier muss frei zu tief hey 123 bank bank das war ja einfach also im kronen ähnlich was anderes aber hat geklappt obwohl ich wollte sagen ich weiß gar nicht was du hast hat doch geklappt ja ja Vielen Dank.